Dankeschön, willkommen zurück, Louis und sein Keyboard. Ah, herrlich. Die Welt, I'm made of here and love. The fame, don't fall from heavens above. And nowhere is the place. And all you need is a love lover. Now this day, like young girls talking and sweet beat. Not right for doing much. And lately, we ain't been doing much. Now how about you, yeah. Now what you do when the rain falls down. And there's nothing to wake up to. Now what you do when the sun don't shine no more. Well, no more. You go down on your sinless bed. And understand what understanding never meant. This is a call out, covers everything. From this side of the earth to the other side. Are you an answer? Well, are you? Are you an answer? Well, oh, well. Are you an answer? Everybody's talking about the real thing. There's a world outside this room. Well, hello. Where did the sun hide away? You're a fighter right here. Well, it takes a catch you day to be strong, to bring pain. I see a river on your lip. See, to me it's all the same. But what you do when the rain falls down. And there's nothing to wake up to. Now what you do when the sun don't shine no more. Well, no more. Hey, are you an answer? Everybody's talking about the real thing. There's a world outside this room. Are you an answer? Say, whoa, 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 whoa. Are you an answer? Hey, hey. Well, well, well. Are you an answer? Everybody, please think of the hard line. There's a world outside this room. Okay. Oh, are you in Vegas? Oh, are you in Vegas? Everybody thinks you got the hard line Oh, are you in Vegas? Oh, 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 oh Oh, are you in Vegas? Everybody thinks you got the hard line Oh, wisst ihr, woran mich das ein bisschen erinnert, Jungs? Wir haben mal vor ganz langer Zeit in Liverpool gespielt, auf so einem Festival, da waren die in Spiral Carpets, James und so Manchester Bands und wir waren die Deutschen, we're the fucking Germans und wir haben Soundcheck gemacht, nachmittags und dann kam er auf die Bühne und die ganze Zeit gab es keine Gitarre, die E-Gitarre. Jörn stand da irgendwie so mit so einem weißen Gesichtsausdruck und sagte so immer, ich weiß auch nicht, was los ist, keine Gitarre. Haben wir nachher gesehen, dass eines der Liverpooler Bands hatte fünf Minuten vor dem Konzert einfach sein Hauptkabel vom Verstärker einfach durchgeschnitten. Das war ein sehr interessantes Konzert, das waren die Jeremy Days nur mit Keyboards und heute ist es mal ein bisschen andersrum. Erstmal nur mit Gitarre, aber Louis ist ja da, wir hoffen aufs Beste.